Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu dieser kleinen verspäteten Stream-Ankündigung. Es tut mir leid, dass ich die jetzt erst raushau oder dass ich sie besser gesagt auch jetzt erst aufnehme. Aber das liegt daran, dass ich bis gerade eben noch ein neues Projekt, möchte ich mal sagen, aufgenommen habe, das jetzt bald rauskommen wird. Es sieht nämlich so aus, liebe Freunde der Mitternachtssonne, heute Abend wird gestreamt. Dadurch, dass es gestern keinen Stream gab, will ich den unbedingt heute nachholen. Und zwar weiß ich tatsächlich noch nicht so ganz genau, was wir heute streamen werden. Ich werde auf jeden Fall mit einem Icebike und mit einem Bleddick streamen auf jeden Fall. Und es wird tendieren im Moment zu einem Spiel, wo ich tatsächlich nicht so wirklich gut bin. Und was auch so ausnahmsweise auch mal nichts mit Hearthstone oder so zu tun hat. Und zwar handelt es sich hierbei um W.O.T. Wer es kennt, der wird sich vielleicht freuen. Wer es nicht kennt, der wird sagen, hey, was ist denn bitte W.O.T.? W.O.T. ist World of Tanks. Es ist ein Free-to-Play-Spiel, wo der gute Icebikes ziemlich sich eingedacht hat. Und ich wollte es mir einfach mal angucken, weil ich meine, man hört so viel über dieses Spiel eigentlich immer. Weil es hat halt echt eine große Community eigentlich. Und ist halt auch wirklich eigentlich tatsächlich gar nicht so schlimm zu spielen. Man hört da immer auch sehr, sehr schlechte Sachen. Aber teilweise macht es halt echt Spaß, muss ich sagen. Man muss sich da halt ein bisschen eingucken und sowas. Und ich weiß auch tatsächlich nicht, ob ich den ganzen Abend das streamen werde oder nicht. Aber wir werden auf jeden Fall damit mal anfangen. Können ja vielleicht dann auch noch irgendwann mal das Spiel tauschen. Aber ich denke, es wird heute mal kein Hearthstone geben, liebe Leute. Ich hoffe, ihr seid trotzdem heute Abend mit dabei. Es würde mich ganz arg freuen. Wie immer zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr geht bei mir der Stream los auf dem Kanal. Es wird auf Twitch wieder gestreamt werden, wie auf YouTube auch. Und dann hätte ich mal gesagt, ich freue mich auf euch und hoffe, ihr seid mit dabei. Es tut mir noch mal leid, dass es jetzt erst zu spät geworden ist mit der Ankündigung und allem drum und dran. Aber es hat halt zeitlich einfach nicht so ganz gepasst sonst. Ja, bevor ich jetzt hier noch weiterlaue, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr seid heute Abend mit dabei. Bis denn dann. Türelü. No.